Hey Leute, willkommen zurück zu Arena auf Wälder im Wehrhasen-Rankteam mit Blacksfile Diana, Sir Eric, Iron Hammer, den passenden Helden, ich bin der Hammerkopf, und Dead Rabbit. Hallo, mit der Monoprow. Mit der Monoprow, richtig. Wir haben ein bisschen hart die Gegner, sehe ich gerade. Mein Problem ist Batman und vielleicht noch Violet. Ah, das wird es am Anfang. Violet wurde hart genutzt am Anfang. Am Anfang ist sie hart genutzt. Sieh fürs Krieg weg, krack auch, und Natalia. Ja, das ist Natalia. Ja, wir werden sie einfach wegklacken. Wee, squee, squee, squee. Und vor allem die andere, Natalia hat nicht den coolen Skin. Das ist auch neu vergessen. Sieh den besser von Skin. Nee, das ist der, den kriegt man ja Geschenk. Pinker. Gehen wir jetzt rüber? Ja, wir müssen sagen, wie viel? Mal gucken, ob was geht. Wenn nicht, dann drehen wir mal wieder. Obwohl sie zwei Jungler haben, weil sie müssten sie zum Blumen. Noch keiner da. Vielleicht mit unserem Jungle. Ganz schön. Oh, dann wieder kommen wird mir. Wer hat den Blut? Ich. Sehr schön. Das ist gut. Aber auch sehr schön. Das ist das Blatt, was sehr wichtig. Kraft kommt, dann kommt man krack. Den kann man aber an der Heide, damit sie vielleicht eh an das Teil. Alles kommt. Genauso schon zu drehen. Ja, back to lane. Erstmal. Festblatt war echt mal wichtig. Viel, viel, viel. Soll ich drehen damit? Das ist ein bisschen verwirrt. Die Gegner. Ansehen, die das ist immer nicht. Weil ich habe es sehr gesehen. Ja, auch schnell lecken. Viel Spaß. Meine dreien damit sind alle weg. Wurde hin sind keine. Etwas Pecht gibt Batman jetzt in unseren Jungle. Crack kommt es euch runter und? Es passt doch wenigstens. Und schon das böse Batman, nö, nö. Keiner da. Blubuff ist da. Perfekt. Nimm du mal. Den zweiten können wir es noch gerne mal kurz mir geben. Ja, wer wird, wird es ihn abholen? Nö, erst mal mal dir. Du brauchst deine Fälle. Also erst mal, du brauchst du. Dann kannst du oben kurz helfen, glaube ich. Nur oben ist okay. Da muss ich zurückziehen. Okay. Ja, was ist das? Wir wollen ja schnell. So, wie ich den Power schützen kann. Früher oder später brauchen wir hier unten ein Gang gegen den Fallenblatt. Du könntest löschen, aber das... Okay, drauf. Oh, der kriegt mich noch... Was? Respekt. Sie kommt fast. Der erste. Sehr schön, sehr schön. Das war die erste Fähigkeit von Natalia. Kannst du, was machst du da? Läufts bei euch und gut noch, oder? Jo. Aber auch wenn sie gegen gar nicht so böse wären. Ja, ich komme jetzt gleich in Leuchtturm. Ich bin noch eben auf dem Rappen, dann bin ich dabei. Das war's mit mir. Oh nein. Krakow. Die Krakow, ah. Was kannst du dafür, Alice? Ja, stimmt. Ich kann mich nicht hören, dass ich runterfahre. Ja, es ist noch ein BZ und ich bin da, ne? Also eigentlich könnte ich über sie schimpfen und... Ah, sie hört es aber dann. Nicht schimpf. Ich dachte, sie kann es nicht hören. Im Video dann ins Hälfte. Wenn wir nicht verlieren. Ja, war nur Spaß, ey. Die hat das überleben, what the fuck? Was war gerade das Natalia-Battle schlechthin? Habt ihr das gesehen? Meine Ulti gegen ihre Ulti. Frag mich nicht. Hm? Und wo ist die Natalia? Die ist zurückgegangen. Die ist zurückgegangen. Okay. Schauen wir mal nach der Orchidee und Blu und wird gerade gemacht. Na, das wird irgendwie meine zu kriegen. Ich bin mal kurz zurück, leider. Nein, ich bin angegriffen. Ah, versehentlich. Ich hasse das. Ich hasse das. Das ist auch mit Mediana. Nein. Das werden wir. Boah, ja. Die treiben sich gerne unten rum, muss öfter runter zählen. Vor allem, in den Rack hat er jetzt bisher zweimal auf mich gehofft und zweimal getroffen. Uh. Ich versaut mich schon wieder die ganze Städte jetzt. Nein. Was steht die Kugel hin? Hä? Das neue Handy ist ungewohnt. Oh, dann geht's ab. In der Natalia kommt sicher auch. In der Natalia kommt sicher auch. Ein der Batman hat mir so wenig überlegt. Ah, schade. Sind alle weg, ja. Ich höre dir das wieder mit. Schade, aber den Turm kriegt ja, ne? Ja. Bald, also nicht jetzt. Das ist gut. Warum nicht jetzt? Das können beide hochkommen. So, ein Tor bekommen. Perfekt. Ich würde mal sagen, dass ihr dann zur Mitte rotatet. Ja. Geschickt gerade. Ich war gerade auf Natalia wieder konnte ich sehe sie mich gerade nicht mehr. Ach, dass ich sehe sie. ein Tor. Ich habe mir das gut geschafft. Ich habe die Fähigkeit bei mir gewechselt. Okay. So knapp das Spiel. Schade. Und tätig mit Gott. Bei der Sachter. Oh, wir sind leider. Die haben jetzt auch nur Haus. wenn man es da ja ich sehe dir auch so richtig neben mir im gebüsch neben dem gewünscht am zeit waren die augen über mir kann man eine kugel reingeworfen da kann jemand muss der hook treffen nein was der batman überlebt das zweite mal schon ich kann gerade schlecht rein wenn du langsam kommen würdest das wäre hilfreich ich glaube ich habe probleme ich müsste immer helfen zu tun es hat viel verhandeln nicht die man kann auch aber zählen dann komme ich mal hoch helfen ja ich würde mir einfach mal zu dritt weg gehen losziefen ich will wissen natürlich an das bleibt wir haben gedacht wenn der fähigke autos man und er sich dann kommt und 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 warum das neue handy kommt der autofokus ist gerade ich gehe mal kurz in die base gegen batman krank hat sich hart anstrengend krank und die teile ihr mittel ne ich gehe nicht an mehr meine ulti warum der kracht so schwer steht er hat das ein schild hohe 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 magie verteidigen ob wir sagen damit er nicht rein damit der 2 dann kommt schon wieder oh gott oben das klingt ja das ist wenn man da oben noch was helfen ja da kriegt mich sofort kann ich so schnell weg und kann das level 12 deswegen der kriegt mich so schnell weg kann mir überhaupt nicht werden wir müssen noch mehr zusammen ja weil er den haben die kette gesehen in dem bus ich habe noch keine ich muss fischer töten und zumindest hätten wir uns entscheidung der gerund ich werde du kannst auch die stacks jetzt nämlich bin voll ich mache ich wird man hier und die konzentrieren kommt immer das kann doch nicht wahr sein ich weiß zwar nicht warum durch wen aber ich bin gerade gestorben ok da war eigentlich bestimmt dass er geholt ja von batman die scheiße diese passen so alter stirbt einfach nicht er geht die krisen mit dem krisen krisen ist ja nicht stirbt I'm in charge now. Red Buff is still there, get him quickly before he is gone. And the minion is still there. Bruh is still there. Bruh is still there. No, I'm coming. Cratch broke his ult again. I'm going to go for a while. Safe is top. I'm going to go to the wall. I'm going to go. You have to fight more. You are going to go to the left. The enemy is still there. No. Where is the enemy? Come on. No, I'm going to go to the left. No, I'm going to go to the left. nein die seit rex betten er stirbt doch auch nicht was hat denn der bitte da nun ein denke hätte auf stiefen denn ich wollte tribut wahrscheinlich wegen dem widerstand naja es wird seine erhielt der held fast nur leben über hat der kampf erwarten hat das spiel müssen wir sogar mal das late game anbringen mit der farm ist nicht so wichtig wird entweder noch nicht schlecht oder die haben abkontakt gemacht und ziel ist es bei mir kann ich nicht beim weglaufen beim weglaufen die passive von batman naja ist total in der mitte kacken mitte badman unten erst echt nervig ist das spiel muss ich sagen die ganzen die sie helden sind nicht mehr hat das spiel rein aber was soll ich heute wir sind einer weniger nicht reingehen gerade ich möchte den ziel ja mit einem 3.000 wird einfach weggegeben weg genutzt von ihr wie gesagt am anfang ist werdet genutzt worden aber nachher nicht mehr am ende ist gleich stark gefolger und dann hat er verstarb mit einbrecher das noch dazu wauw alles genau was ihnen war es nicht schlecht aber ich würde sagen jetzt aber den blubber von johol zu langen ja die warte hat nicht mehr oder was er noch da nein kein schlechter wir wollen wir schlechter machen ich habe das ich habe noch keine holen sie können wir mit freuten wenn er noch ein es ist eine nervige ist Achtung von Karpuk ich trinke es jetzt können sie theoretisch schlechter machen werden sie alle zum tagen akne hier dass ihnen mit oder ist noch ja so schnell zurück abgeht die beise leute knapp es gehen also spaß geht weil es wo mitte unten wo wollen sie hin und kurz sagen mitte weil das sind grad minuten ich mache noch nie noch abkommt er hat so viel reinbrutzeln ist dann alle egal ich kann mich nicht mal weg blinken gar nichts mit der bett nämlich einmal der wischend war es das nein die haben so hart fahren ich habe 6.000 gott zwei katapult ist eine tat und da kommt jetzt schon noch ich mache ich noch gewinnen ja ja ich sage wir müssen es noch ein bisschen nach haus zögern sondern alle ein bisschen mehr farben kriegen dann ist der vorteil komplett für den arsch diese bett man geht mir zu sagen nicht so weit raus kürzt hast du fast eine oder die noch okay ja ich muss laufen einfach so damit das ist gut lassen aber besser kackenfrechen kackenfrechen jetzt nicht so viel schon gemacht der brot der brot der mensch macht das sagt bescheid wenn ihr reingehen wollt dann komme ich von der seite ich möchte jetzt mit dem turm oder irgendwas okay weil das ist der kack ist der kacke ein hückchen und das war's am besten ist der kräfterein hocken wird sie mit seinen ultien dann wie rein ja das wäre geil und das bästchen geschehen naja geht weg doch nicht Seefies Violet Top mit krack mein Problem ist es eben für mich verteidigen Topp ist gerade das Problem Topp mit überall ist die Mannes stellen sich grad gut auf Topp wird auf langen Sicht fallen Batman ist da hat seine tolle Fähigkeit drin die kann man keinen nach die feier wird noch zu füchern ja ich sage dass der nerf nur zum anfang wirksam ist naja sonst hätten sie sich komplett useless gemacht man kann alles betreibt leute mitschern ja ja wie schon mal die beschützen wir kommen halt nicht ran an die gingen kann man nicht an die scheiß werde zum beispiel ich kann ständig ihre waffe drauf schießen und somit den turm bald mal zerstören ja ein schuss noch da war da zu mir weg man kann es ja einfach nicht aufhalten ja 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 schon rein geht wo ich bin so low perfekt 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 ah ja 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 aber wie ich gesagt habe gerade unser schöner links wurde reingehobt der mitte der stress nicht das zahlen gehen das ist scheiß nicht was können wir schnell umziehen kommen die gehen nicht mehr die werden nicht mit dem weg und das schnell rein zunächst kommen nicht mehr einfach eine spannende spieler recht einmal reingehobt und die dauerung perfekt ja es hat nichts gebracht ich bin die ganze hinterher gerannt ich musste mich doch mal ich habe geschlecht ja ich hab's nicht gefunden was einstellt alles durchleiten hier direkt oben neben dem namen ok ich würde so oft von batman abrasiert aber hatte einen scheiß gebracht geiles game das ist spannend also ich kann mir vorstellen dass das spaß und zu sehen das war ein schönes ganz langes game ein fucking langes game 20 minuten also wenn es euch gefallen hat leute lasst ein like das gerne kommentare wie euch das gefallen hat und wer nichts verpasst will unbedingt ein abo dalassen für die wehrhasen bis zum nächsten mal viel spaß haut rein und ciao tschüss 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 tschau